Ameno von Spektral ist das planbare Unterhaltungsmöbel der Zukunft. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der unsichtbaren Integration von Technik. Doch Ameno weiß nicht nur technisch, sondern auch optisch zu überzeugen. Die Korpusse gibt es in verschiedenen Tiefen, Breiten und Höhen. Sie können beliebig gestapelt und aneinandergereiht werden. Zusätzlich gibt es Hängeschränke, die als Stauraum, Bücherregal oder Dekorationsfläche genutzt werden können. Für einen spannenden Material- und Farbmix sorgt eine Auswahl aus 2000 Glasfarben, unterschiedlichen Holzfurnieren, innovativen Keramikoberflächen, eloxierten Aluminiumauflagen sowie verschiedenfarbigen Lautsprecherabdeckungen. Amenos konstruktive Besonderheit ist ein Funktionskanal aus Aluminium, der sich wie ein Rückgrat durch das Möbel zieht. Ihr verleiht dem Möbel Stabilität und bietet Platz für alle Kabel, die integrierte Steckerleiste, die drehbare TV-Halterung sowie sämtliche Docks zum Einstecken von Smartphones und Tablets. Dank der unterteilten Möbeloberfläche mit magnetisch befestigten Auflagen ist der Kanal einfach von oben zugänglich. Die Verkabelung neuer Geräte oder das Austauschen von Docks wird so zum Kinderspiel. Für beeindruckenden Heimkino-Sound ohne sichtbare Lautsprecher. Abeno von Spektal 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 Abeno von Spektal